Auf diesen Traum in Rosa darf ich Sie heute zur neuen Ausgabe der Höffi Show begrüßen. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben und auf diesem super schicken Sofa sitze ich heute mit dem Ron. Hey Ron. Hallo Claudia. Du bist der Experte. Erzähl uns doch mal ein kleines bisschen darüber, was gibt es für Specials und was findest du richtig gut? Und natürlich der Preis ist besonders wichtig. Tatsächlich muss man den gleich mal im Vordergrund rücken. Für 399 Euro können Sie sich dieses Sofa hier kaufen. In dieser Ausführung, es ist ein Phänomen, weil dieses Sofa ist nicht nur ein Sofa, sondern es ist auch ein nahezu vollwertiges Doppelbett. Der Stoff hier ist unglaublich angenehm, ein sehr samtiger Stoff. Man mag gar nicht mehr aufstehen von dem Sofa. Die Sitztiefe ist angenehm mit 50 Zentimeter. Die Armlehnen hier, die lassen sich sehr schön verstellen. Wenn man sich auch mal lang machen will auf dem Sofa, kann man die arretieren in eine Stufe, in die zweite Stufe, dann sich einfach hier schön hinflitzen und ein Buch lesen, Füße hoch, genau. Hinten entweder lang lassen oder hochklappen, je nachdem. Also im Endeffekt hat man da auch noch eine Fußstütze. Und die kann man wieder flach machen und dann kann man sich hier einfach ein bisschen gemütlich hinlegen. Genau. Und sag mal Ron, die Kissen, die sind auch mit dabei, richtig? Die sind natürlich auch mit dabei, ja. Gucken wir mal eins vor und können es den Zuschauern zeigen. Was ich ganz toll finde, also das Sofa ist super weich in so einer samtigen Struktur und das Kissen ist eher so ein bisschen gröber, so eine Webstruktur. Und der rosäfarbene Faden ist ja auch wieder durchgezogen, ein bisschen unterbrochen mit dem Grau. Also hat man hier einfach so ein bisschen einen Bruch drin, ein bisschen mehr Struktur. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt hast du gesagt, können wir Sydney auch als Bettfunktion herstellen? Genau, ja. Und dann machen wir das mal. Soll ich das gleich mal? Ja, du musst es wieder runterklappen, richtig? Das runter, genau. Okay, Kissen weg. So, jetzt kannst du im Grunde genommen mit einer Hand, ist wirklich sehr, sehr leicht zu bedienen, das Ding nach vorne ziehen. Okay, sehr easy. Und wow, der Bettkasten ist wirklich richtig groß. Also hier passt einiges rein. Kissen, Bettdecken und er ist wirklich auch sehr hoch. Also die Kissen sind nicht gestaut oder so. Ist wirklich super. Schön groß. Wirklich ein sehr luftiger Bettkasten. Ja. So, und das jetzt einfach umkappen? Genau. Einfach im Grunde genommen klack. Prima. Und eins, zwei, drei. Okay, toll. Also auch eine ganz bequeme Liegefläche. Ja, also wir haben hier wirklich eine Länge von knapp zwei Metern auf 1,43. Also hier kann man auf jeden Fall zu zweit drauf liegen. Kinder können hier sogar zu fünf drauf liegen. Die können sich einfach hier so quer oder längs hier so drüber legen. Genau, der sechste kommt dann in den Bettkasten. Also für eine Pyjama-Party haben Sie auf jeden Fall das richtige Sofa. Keiner muss am Boden schlafen. Total. Das stimmt. Und ich finde den Härtegrad auch ganz angenehm. Ja. Ist irgendwie nicht zu weich, nicht zu hart. Man liegt wirklich ganz bequem da drauf. Also wenn Sie Besuch haben, dann gehe ich mal davon aus, dass der Besuch am nächsten Morgen aufwacht und sagt, ich habe gut geschlafen und ich glaube in dem Fall meint er das auch so, wenn er auf diesem Sofa geschlafen hat. Das glaube ich auch. Und das Schöne ist, wenn Sie nicht viel Platz haben, Sie haben gesehen, der Bettkasten ist wirklich groß. Da passt einiges rein. Kopfkissen, Bettbezug, die Bettdecke, ein paar Kissen noch mit dazu oder eben das sechste Kind. Also es passt wirklich einiges rein und somit ist alles wieder super verstaut und Sie haben ein schickes Sofa. Weißt du, Ron, wo ich mir das eigentlich richtig gut vorstellen kann auch, wenn ich so überlege? Im Schlafzimmer. Denn diese Boxspringbetten sind ja immer noch richtig modern. Und wenn du jetzt so ein großes, schönes Boxspringbett hast, vielleicht in braun oder grau in diesen dunklen Farben oder auch selbst in der hellen Farbe und dann dieses Sofa davor als Raubentrenner, kann ich mir richtig, richtig totschick vorstellen. Ja, wirklich wie so eine schöne, genau. Und dadurch, dass alle Teile bespannt sind mit Stoff, gibt es also nirgendwo irgendwelche komischen Einsichten mit Holz oder so, sondern sieht einfach alles richtig hochwertig und toll aus. Und es ist ein richtig schöner Eyecatcher. So eine tolle Farbe. Ron, dann fasst doch nochmal ganz kurz alle Hard Facts zusammen. Für 399 Euro müssen Sie erstmal ein anderes Sofa finden, was genau diese Ausstattung hat. Was man zu so einem tollen, bequemen Doppelbett ausklappen kann. Dann die verstellbaren Armlehnen. Das heißt, ohne dass Sie das Ding ausgeklappt haben, können Sie auf jeden Fall auch mal einen Powernap drauf machen oder einen schönen Mittagsschlaf machen. Und vor allem diese unglaublich angenehme Oberfläche dieser Stoff. Das finde ich phänomenal. Ja, ich bin hin und weg von der Farbe. Wirklich super. Und Sidney können Sie natürlich bei uns bestellen über die Hotline oder Sie schauen einfach im Internet vorbei oder Sie besuchen eines der Höfner Möbelhäuser. Wirklich ein tolles Teil. Hat Spaß gemacht mit dir Ron. Schön. Ja, mit dir auch. Ja, dann komm doch bald mal wieder vorbei. Sehr, sehr gerne Claudia. Okay und wir sehen uns zum Montag wieder, denn Montag ist Wohntag. Wir haben tolle Produkte für Sie und ich freue mich natürlich sehr auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Muziek Amos uyor Bis zum nächsten Mal.